Wir befinden uns jetzt schon hier im Taxi in Istanbul und wir fahren jetzt, nachdem wir erst gerade angekommen sind, erstmal lecker, lecker Döner essen, würde ich mal sagen. Und hier, oh, ich liebe die Stadt schon allein, schon hier, gibt euch mal, hier ist Leben, Leute, hier ist einfach wirklich Leben. Und übrigens ist heute, deswegen seht ihr auch so viele Türkei-Fahnen, der 100-jährige Jahrestag der Staatsgründung der Türkischen Republik. Mein persönlicher Glückwunsch und ich zeige euch im Laufe des Tages noch mehr Impressionen. Und das Taxi haben wir mit Uber bestellt, da seht ihr nämlich gleich, was ihr bezahlen müsst. Achtet vor allem darauf, dass oben der Tachometer an ist, da zahlt ihr nämlich nur das, was draufsteht. Jetzt sind wir hier ausgestiegen, direkt in Besiktas, hier ist volles Leben, ist crazy, richtig, richtiges Leben. Das Leben hier ist, wow, ist mein favorite Part übrigens aus Istanbul, definitiv Besiktas, Leute. Hier gibt es euch mal, hier ist das junge Leben aus der Türkei.